Was ist der Zustand der Rechtlosigkeit? Es ist eine Schande, wie in diesem Land mit Menschen umgegangen wird, die Schutz brauchen und die die Chance auf einen Neustart brauchen. Die Refugees aus der Votivkirche brauchen endlich ein Bleiberecht und einen legalen Aufenthaltsstatus und sie haben das auch verdient. Und wenn ich sage, sie brauchen das, dann meine ich nicht irgendwann, sondern jetzt. Was ist der Zustand der Votivkirche?